Hey Leute, mein Name ist EpicSan und mit dabei ist die Kata. Hallo! Und heute haben wir was richtig krasses vor, denn wir werden in diese Bank hier einbrechen. Das haben wir schon richtig lang geplant. Und Kata, wir haben uns eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir wissen, wo die Bank steht, wie sie aufgebaut ist und wissen, wo der richtig, richtig krasse Tresor ist. Wollen wir erstmal zur Bank ein bisschen kundschaften. Ich habe was richtig cooles, nämlich hier den Kameramonitor. Damit können wir uns nämlich in die Bank einhacken. Alle Kameras, die die Bank hat, können wir dann sehen und können halt sehen, wo die Wachen stehen und wo der Tresor ist und so weiter. Ich würde sagen, den nehme ich einfach mal mit, hole hier meine Ausrüstung mit. Ich hoffe, dass sie reicht, aber ich denke schon. Ja, bestimmt. So. Eisenschwerd ist auch am Start und ist jetzt halt noch Tag, ne? Wir werden halt definitiv erst nachts in die Bank einbrechen, beziehungsweise später am Abend. Aber wir schleichen uns schon mal zur Bank und schauen mal, ob wir uns in die Kameras einhacken können, okay? Wo die Idee? Okay, okay. Laufen wir? Ja gut, wir können erstmal den direkten Weg dorthin laufen. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass die uns nicht sehen mit diesem Kameramonitor. Wollen wir dann lieber nicht die Rüstung ausziehen? Stimmt, stimmt, stimmt. Da hast du recht. Wir gehen lieber ohne Rüstung hin, dass uns keiner erkennt. Das ist echt gut. Und ich glaube, oh, da hinten ist schon die Bankkarte. Ja, die ist sicher da. Wow, die ist echt krass. Und vor allem, du musst halt bedenken, unterirdisch gibt es einen richtig, richtig fetten Tresor mit ganz, ganz vielen Diamanten, an die wir natürlich dran wollen. Mhm. Okay, warte mal, wir gehen mal, oh, da vorne ist schon, da vorne ist schon die Polizei. Okay, warte mal, wir gehen mal hier außen rum. Ich weiß nicht, wie nah man dran sein muss, um den Kameramonitor zu benutzen. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Oh, es funktioniert schon, Kater. Okay, oh, gute Idee, gute Idee, warte mal. Ja, okay, ich stelle mich hier hin, okay, okay. Ich schaue mal, okay, es gibt insgesamt sechs Kameras. Ich gehe mal auf die erste Kamera. Oh, das ist die Kamera hier am Eingang. Okay, am Eingang stehen schon mal zwei Polizisten. Oh, ich sehe dich da hinten, Kater. Echt? Ja. Okay, warte, ich gehe mal ein bisschen weiter nach links. Okay, das ist auf jeden Fall Kamera Nummer eins. Dann schauen wir uns mal Kamera Nummer zwei an. Oh, das ist die Kamera in der Hauptlobby im Eingangsbereich von der Bank. Was? Und hier sind so viele Polizisten. Oh, Kater, das sind so viele. Es sind vier, fünf, sechs, sieben Polizisten. Oh. Acht Polizisten. Okay, das ist vier. Und der Tresor müsste irgendwo unterirdisch sein, aber ich kann von hier noch nicht erkennen, wo genau der sein soll. Ich schaue mal in die nächste Kamera. Wir waren jetzt in Kamera zwei, jetzt gehen wir mal in Kamera drei. Okay, das ist einfach die Kamera, die hier auch noch mal hängt. Das sieht man das Gleiche. Okay, wir schauen uns die nächste Kamera an. Oh, Kater. Ich bin beim Tresorraum. Okay, okay. Echt? Ich bin hier, das ist direkt die Kamera beim Tresorraum. Da stehen zwei Wachen davor. Und es ist einfach mit Bedrock geschützt. Oh Gott, wie kommen wir denn da rein? Ich weiß es nicht. Ich sehe links einen Schalter, aber da ist Panzerglas davor. Und rechts sehe ich noch eine Tür. Okay, ich glaube, durch diese Iron Dors kommen wir rein. Mhm. Und dann müssen wir irgendwie die zwei Wachen ausschalten und dann irgendwie das Panzerglas kaputt machen. Und dann kommen wir vielleicht in den Tresorraum. Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue mal, was die letzte Kamera uns zeigt. Oh, da sehen wir einfach den Tresorraum. Oh, wie cool ist das denn? Und das sind auch wieder so, so viele Wachen. Oh nein. Okay, warte mal. Ich zeige dir mal ganz kurz. Hier, du kannst auch mal gerne schauen, wenn du noch willst. Mhm. Kannst einfach mal auf Kamera 5 oder so schauen oder 1 und 2. Und das ist echt sehr, sehr heftig. Also wir müssen unbedingt warten, bis es Nacht ist. Und dann werden wir dort einbrechen. Wir müssen halt die ganzen Wachen ausschalten. Mhm. Hoffentlich schaffen wir das. Wir haben eigentlich ganz gute Rüstung. Wollen wir hier einfach warten, bis es Nacht ist. Und dann werden wir in die Bank reingehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, oder? Ja, machen wir so. So langsam ist es Nacht geworden. Ich glaube, das reicht, dass wir in die Bank einbrechen können. Warte mal. Ja. Sind die Polizisten noch da? Hast du die gesehen, Kater? Ja, die sind da noch. Da links. Oh, ich sehe sie. Okay, okay, okay. Wollen wir uns schon ausrüsten, oder wollen wir einfach so ohne Rüstung mal reingehen? Erst mal reingehen vielleicht. Okay, okay. Dann geh du einmal voraus. Mhm. Und wir sind ja ganz normale Bank, gut. Wir haben ja jetzt noch nichts verbrochen. Genau. Außer, dass ich mich vielleicht in die Kameras gehackt habe. Okay. Oh, das sind zwei Polizisten. Hallo, hallo. Oh. Oh. Das ist so eine krasse Bank. Das ist die heftigste Bank hier. Und das ist einfach ein Schaf. Okay. Okay, Kater, wir müssen uns mal ein bisschen anschauen, wie wir hier reinkommen. Also, da links sehe ich eine Tür. Oh, die ganzen Polizisten schauen schon ein bisschen. Und hier rechts ist auch eine Tür. Okay, ich glaube... Ja, aber anders kommt man da nicht rein, ne? Mhm. Und wir müssen dann... Hier gibt es irgendeinen Weg nach unten zum Tresor. Oh, siehst du da die Türen? Oh, ja, da geht es runter, ne? Okay, ja, ja, ja. Da geht es bestimmt zum Tresorraum. Warte mal, gibt es hier auf der Linkseite auch noch Türen? Nein, nein, nein. Okay, gibt es keine. Und es geht nach oben, aber da oben ist wahrscheinlich nichts. Okay, Kater, wie wollen wir das machen? Wir müssen jetzt alle Polizisten erledigen. Wollen wir lieber nochmal raus und am Anfang, oder...? Okay, ja, 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 das nochmal raus. Das war ganz gut. Okay, okay, warte mal. Dann gehe ich einfach mal hier in deinen Busch. Und werde einfach mich mal komplett ausrüsten. Ja, auch. Und ich würde sagen, go, go. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich weiß nicht, wie stark die Polizisten sind. Und ich hoffe, die rufen keine Verstärkung. Also wenn wir die Ersten angreifen, müssen wir uns sehr, sehr, sehr schnell beeilen, dass die halt wie gesagt keine Verstärkung rufen. Okay, okay, drauf, drauf. Und drauf, 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 drauf. Oh, nein. Oh, nein, 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 die Mann. Ja, 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 ja. Okay, okay, sehr gut. Ui. Ich hab den, ich hab einen. Okay, den anderen haben wir auch. Okay, okay, okay. Okay, und jetzt... Ich hab das noch nicht gesehen. Gehen wir rechts auf die? Ja, ja, ja. Okay, okay. Auf den Grenzen. Der guckt nicht hin. Komm, komm schnell. Oh, sehr gut. Ich helfe dir, ich helfe dir, helfe dir. Oh, von denen. Pass auf. Sorry. Oh, der ist der Nächste. Komm her. Der Polizist. Aber die haben auch gar keine Waffen. Wie gut ist das denn? Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Die haben einfach nicht damit gerechnet. Und ich hoffe... Oh, tschüss, Schaf. Du bist auch weg. Und? Oh, ich helfe dir. Kata, Kata, Kata. Okay, sehr gut. Und den letzten hier. Und ich glaube, die haben noch keine Verstärkung gerufen. Kann das sein? Nee, nee, ich hab auch noch nichts gehört. Okay, sehr gut. Die Angestellten, die können wir in Ruhe lassen. Die haben uns ja nichts getan. Okay, komm rein, Kata. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Okay, ich sneak hier. Steht da oben noch ein Polizist? Vielleicht, vielleicht hat er uns noch nicht entdeckt. Da sind die Angestellten, aber die machen nichts. Das sind noch zwei Polizisten. Okay, pass auf. Okay, okay. Auf drei, okay? Okay, eins, zwei, drei. Komm, 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 die kriegen wir. Oh, nee, da rechts unten steht auch noch einer. Oh, was? Okay, okay, den kriegen wir auch noch gleich. Wo ist der? Oh, hier ist der. Okay, ich geh drauf. Guck mal. Oh, der Arme. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Okay, okay, okay. Super. Und hier geht's anscheinend zum Tresor runter, oder? Anscheinend. Ich glaube schon. Ich hoffe halt echt, dass die keine Verstärkung gerufen haben. Wir müssen uns eigentlich sehr, sehr, sehr beeilen. Oh, da unten. Da unten ist auch ein Polizist. Okay, Kata. Den kriegen wir, den kriegen wir. Wir hatten ja gar keine Chance gegen uns beiden. Nein, gar nicht mit uns gerechnet. Nein. Nice, okay. Dass auch noch keiner einen Alarm angemacht hat, oder so. Oh, hier ist der. Oh, das sind auch noch zwei. Das ist der Tresorraum. Den habe ich gesehen durch die Kamera. Wie dunkel es hier einfach ist. Oh, ja, das stimmt. Oh, oh. Und, die haben wir. Okay, warte mal. Hier. Nein, nein, nein. Hier können wir nicht durch. Okay, Kata. Wie kriegen wir das hier auf? Wir müssen irgendwie da an diesen Schalter, oder? Oh, stimmt. Aber das hier ist Panzerglas. Okay, warte mal. Wollen wir das zu zweit kaputt machen? Okay. Okay. Das obere, ne? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Go. Oh. Sehr gut, sehr gut. Oh, sorry. Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Ja, mach das mal. Willst du da schon mal hingehen? Äh, ja, kann ich machen. Leg den einfach um. Okay. Und kommt dann zu mir. Okay, okay. Okay, genau. Oh, es geht auf. Guck mal, das sind so viele Wachen. Aber, Moment mal. Wir kommen hier nicht weiter. Wir brauchen die Keycard. Wir kommen hier sonst nicht weiter. Oh, nein. Das haben wir gar nicht gesehen mit den Kameras. Ja, wir sind so nah dran. Da siehst du diese Kisten? Ja. Da sind die ganzen Diamanten drin. Da sind so viele Wachen auch noch. Okay, wir müssen unbedingt die Keycard finden. Keycard finden. Aber wo könnte die sein? Warte, wir schauen mal in der Lobby, okay? Vielleicht bei irgendeinem Angestellten oder sowas. Okay, hier sind Dispenser, aber das ist ja auch keine Keycard drin. Die muss ja auch irgendwo sicher aufbewahrt werden. Aber hier die Angestellten haben hier auch nichts. Vielleicht eine Kiste oder sowas, eine Versteckte. Aber hier ist auch nichts. Okay, hier unten ist, glaube ich, nichts. Aber wir können nach oben. Oh, oh, oh. Denkst du, da sind Wachen? Wenn da oben was ist, dann sind da Wachen. Also... Ah, hier sind ganz, ganz viele Angestellte. Aber ich glaube... Wir durchsuchen mal hier den Bereich, okay? Mhm. Okay, hier ist aber auch keine Kiste für die Angestellten. Da müssen wir nichts machen. Die sind ja ganz lieb. Und... Wir haben Angst vor uns. Ich glaube auch... Oh, hier ist sogar... Oh, hier ist sogar der Chef, oder? Aber hier ist sogar... Nein, nein, nein. Hier ist auch keine Kiste. Okay, wir brauchen irgendwo die Keycard. Aber wo? Das hier sind, glaube ich, so Wasserspender. Aber da ist ja auch keine Keycard drin. Oh, oh. Und hier sitzt auch nochmal einer. Oh, das ist eine Kiste, Carter. Ist das drin? Ja, ich habe die Keycard Level 1. Okay, reicht das? Okay, nice. Ich denke, ich glaube, es gibt keine andere Keycard. Okay. Okay, wir werden die einfach mal ausprobieren, okay? Mhm. Weil ich gebe dir die mal. Die kannst du gerne dann reinmachen. Okay, dankeschön. Und ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Aber bis jetzt... Nein, nein, es ist noch keine Verstärkung gekommen. Aber bis jetzt hat es sehr, sehr gut geklappt, tatsächlich. Ja. Okay, hier müsste noch offen sein. Okay, ich gehe einfach mal drauf. Okay, sehr gut. Ah, nee, ist es offen? Ja. Okay, und jetzt musst du die Keycard da reinmachen. Nice, wir kommen rein! Nice. Tschüss, machen! Tschüss! Oh Gott, das sind so viele, das sind so viele. Oh, die Beschützenheit. Die ganzen Diamanten. Oh, oh, schaffst du den? Oh, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe ja ein paar vor mir, aber ich kriege die auf jeden Fall. Oh, Kata, ich helfe dir gleich, ich helfe dir gleich. Alles gut. Die haben wir gleich, die haben wir. Okay, ich komme zu dir. Kommt her, Leute! Nice. Oh, sehr gut. Oh, Kata, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Richtig gut. Oh, shit. Oh mein Gott. Hörst du den Alarm? Okay, Kata, wir müssen beeilen. Mach einfach deine Taschen voll. Nimm so viele, wie du kannst. Ja, ja, mache ich. Alles, 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 alles. Okay. Ich glaube, die andere Seite noch nicht schnell. Okay, warte, ich lasse das Essen hier. Lieber ein Stack Diamanten mitnehmen als Essen. Ja, ja, ja. Nimm alles, was du hast, Kata. Ich gehe hier schon mal. Oh, wir brauchen die Keycard, um wieder rauszukommen. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Okay, hier. Okay, sehr gut. Okay, renn, 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 renn. Oh Gott, hörst du den Alarm? Das sind bestimmt so viele Polizisten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt, ich bin angefahren, oder? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wir müssen ja unbedingt aus der Bank raus. Oh, shit, hoffentlich schaffen wir das. Mhm. Oh, nein. Wie hoch ist das? Oh, oh, komm, komm, komm. Okay. Oh, Kata, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, okay. Nein, 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 nein. Oh, der greift uns an. Oh mein Gott, die haben uns komplett umstellt, Kata. Warte, schaffen wir das gegen den? Der ist extrem stark. Ich weiß nicht. Wir kommen hier nirgendwo raus. Überall sind die Soldaten. Oh, oh. Oh, oh. Kata, der hat mich gleich. Oh, nein, 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 nein. Echt? Oh Gott, oh Gott. Warte, ich helfe dir. Wir kriegen den nicht down, wir kriegen den nicht down. Oh, Kata, was ist passiert? Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Oh, oh. Wir sind im Gefängniswagen. Wir werden hier abtransportiert gleich. Nein, oder? Ich glaube schon. Oh nein. Der hat uns K.O. geschlagen vor der Bank. Wir werden ins Gefängnis kommen. Oh nein. Der hat uns einfach K.O. geschlagen. Oh mein Gott. Und wir fahren gleich los ins Gefängnis. Oh nee. Das war. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei der Kata vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017